Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly und ihr wisst genau, wenn ihr das hier seht, für euch gestern, für mich, eine ganze Woche her. So, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist einfach nie passiert genau das. Mir ist vorhin, liebe YouTube-Zuschauer, etwas Dummes passiert. Ich spare mir die Details. Es gibt viele nicht glanzvolle Momente in meinem Leben. Der gehört auf jeden Fall schon in den Top 20. Top 20 ist der dabei. Lang her, dass ein Groschen gebraucht hat, so zu fallen. Ja, sehr schön. Chet lacht noch, freut mich sehr. Gehen wir weiter. Glanzvolle Momente? Naja, solange die Glatze glänzt, ist doch okay. Aber selbst die ist ja nicht mal frisch rasiert, weißt du? Ja, ich geb's zu. Das Englisch ist auch wirklich gut von den Viechern, ne? Kannst echt nichts sagen, du. So, äh, wir sind das letzte Mal hier lang gegangen. Ich weiß noch, dass wir auf dem Weg zur Baroness waren. Aber den Rest hab ich dann schon wieder vergessen. Ist aber halt auch eine Woche her, ne? Waren wir hier drinnen? Wollte ich ins Loch? Wollte bestimmt ins Loch. Ich bin so einer. Der geht da einfach rein. Das sieht nach Ärger aus. Guck mal, da hinten ist es aber auch... Ist die Baroness hier drin versteckt? Ist das die Baroness? Ich mein, da ist eine fucking Quest. Ah, das sieht nach Ärger aus. Ich fühl den Ärger. Der Ärger ist groß. Guck mal, wir haben hier Karten, wo gleich Gegner herkommen. Holy fuck, was ist... Oh, das ist... Ist das diese Puppe von dem... Von dem, äh, nicht Duke, sondern von dem... Äh, Graf. Graf Schmo, der dritte sein Name. Seines Zeichens Kuscheltier und sanftmütiger Beschützer des paranoiden Grafen von drei. Ach! Okay. Guck mal, ich hab gedacht, ich müsste mich jetzt prügeln. Na klar. Hätte ich mal die Fresse gehalten. Ach, der teilt die Fresse. Oh, hab ich mir drei gebehört? Ne, zwei. Ach, ich hab mich schon gefreut, ne? Will ich den behalten? Ne. Also, ein Schutzschild holen wir uns immer. Den behalten wir... Okay, ich krieg ne Hand. Ich bewahr mir den Heal. Komm, ein Heal, scheiß drauf. Ich nehm die Hand mit. Und dann geb ich jetzt hier so einen schönen Spucker. Was ist denn hier so gerade? Ja. Wir gehen hier in die Ecke. Die werden nicht getroffen, weil der zu hoch steht? Ach, fick den, ne. Ah, ne, zwei. Ich will die eine dreimal haben. Okay, beschwert, dann rast sich den Geist, der bildt sich. Langsam fügt allen Gegner Schaden zu, die im Weg sind. Ach, ich bin großer Fan von neuen Dingen auszuprobieren, ne? Aber die stehen halt hier auch alle so nah, dass ich das machen möchte. Dann würfeln wir glatt nochmal. Uh, das war ja lohnenswert. Äh, alles kostet mich ein. Boah, ich hab drei. Es ist einfach nicht wert, es ist das zu spielen. Okay. Äh, dich brauche ich nicht mehr. Du kommst gleich mit. Und dementsprechend nach machen wir alles für lau. Und dann sehe ich zu, dass ich die Hand hier hin mache. Ich ziehe aber auch gerade wenig Waffen, ist mir aufgefallen, ne? Also, ich muss entweder mehr Fallen mir besorgen oder mehr Waffen reintun. Das ist noch etwas, äh, was ich feststelle, was nicht so funktioniert. Okay, dich kann ich jetzt einlösen, dann hab ich zwei. Das kostet mich da aktuell nichts. Und dann löse ich dich noch ein. Dann hab ich drei. Dann hab ich jetzt die Hand, die wirklich gut steht. Und dann löse ich noch den Pfeil ein. Ja, wo seid ihr? So, mittlerweile sammeln wir aber zumindest die Würfel relativ gut. Aber ich hätte halt gerne mal so... Gratiskarte, nehm ich. Hab ich noch eine Hand. Ich kann alles für eins spielen. Ja klar, dann machen wir raus. Also, einmal die Hand. Die sieht ganz gut aus von hier. Und der bin ich auch eigentlich ganz zufrieden als Wahl. Äh, das kostet mich nichts. Und den Geist, den kann ich auch noch hinterher spielen. Der ist langsam. Machen wir halt. So, hier. Schön erstmal Gratispunkte einsammeln. Ah, mir fehlt aber rein technisch, wie schon gesagt, eine bessere Waffe. Spucker. Ja. Ich werde die Hand wohl aus dem Repertoire rausnehmen. Die ist zwar funny, aber... Ganz ehrlich, die reißt es jetzt irgendwie auch nicht raus. Ich finde. Ein save ich. Wie gesagt, sieh, ich muss aufpassen, denn ich kann auch vergiftet werden. Oh Gott, gehen die mir alle auf die Nüsse mit ihrer Scheiße. Äh, ja, ich brauch definitiv nicht mehr Waffen. Also, zumindestens, äh, ja, Bogen. Den sollte ich mir auf jeden Fall immer reintun. Schutzschild nehme ich mit, wenn ich schon dabei bin. Und den save ich mir. Brauche ich den Trank? Der kostet mich nichts, ne? Ja. Und den nehme ich mit. Alles klar. So, wen haben wir denn da? Ah, fuck you. Handballe? Jetzt, jetzt kommen die... Holy fuck. Okay, das da hinten ist auf jeden Fall ein sehr dicker. Und wir erledigen uns das erst mal von den ganz kleinen Kramen, logischerweise. Bevor ich jetzt mit den großen Sachen komme. Okay. Der große Typ sieht ja schon... ...scary aus. Der bewegt sich hier auf jeden Fall auf mich zu. Dementsprechend nach platziere ich den hier. Und dann nehme ich dich noch mit, um sicher zu sein, dass ich den noch habe. Denn ich weiß nicht, ob ich noch was zum Schießen habe. Oh. Ich finde das gut. Der soll jetzt mal ruhig weiter... ...so, da ist sie gekommen. Oh, meine Waffe ist im Arsch. Oh, der ist aber gut vergiftet worden. Okay. Hier kriege ich noch ein bisschen volles Blatt zusammen. Und dann würfeln wir mal eine Runde. Und dann... Der Gift... Der Gift-Dude war auf jeden Fall die richtige Wahl. Denn der hat richtig Damage gemacht. Okay. Alles kostet mich ein. Dann habe ich noch genau zwei Stück. Und dann geht der mit. So, mein lieber Freund. Du bist noch mal fällig. Du kriegst genau das gleiche wie eben gerade. Du wirst jetzt nämlich tausend Tode sterben. Und den großen Geist habe ich auch noch. Ab geht's. Ich bin auch fast tot, weil ich vergiftet wurde. Ich bin dummerweise in meine eigene Gift-Scheiße gelaufen. Ich sollte mich übrigens gleich mal sehr heilen. Wäre von Vorteil. Okay. Einmal heilen. Danke. Und dann nehme ich noch zwei für den Bogen. Und... Eine Hand save ich. Ja. Kann eigentlich nur noch ein Gegner da sein. Und danach müsste es sein. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Da gibt es die Belohnungsmünzen. Ey, das ist... Also, es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Schau mal ein bisschen zu, Siko. Bleib mal so eine knappe Stunde. Dann hast du so ein bisschen das Kampfsystem gesehen. Ich werde auch, wie gesagt, jetzt gleich durch die Erfahrung mein Kartenblatt ändern. Mit dem ich dann andere Angriffe machen kann. Und ich würfel halt mit einem Würfel sozusagen meine Wertigkeiten. Punkte, mit denen ich es einsetzen kann. Stand jetzt hatte ich eine Eins und eine Zwei. Und mittlerweile habe ich meinen Würfel einen weiteren Punkt. Das heißt, ich kann bis zu drei hochwürfeln. Sechs ist logisch, weil es irgendwann mal das Ziel. Und du kannst natürlich verschiedenste Sachen zusammenstellen. So. Wo bin ich hier? Bin ich schon bei der... Oh. So. Oh, guck mal. Ich wollte mal sagen. Ich habe nachher mein Geld schon übersehen. Ich brauche Geld, um mir neue Karten leisten zu können. Ich muss mal da checken, denn ich sehe, da hinten habe ich auch noch einen übersehen. Ich war noch nicht im Loot-Modus. So was würde mir sonst nie passieren. Normalerweise bin ich dann immer fancy im Loot-Modus und kann richtig geben. Aber, ähm... Ja, habe ich gerade eben irgendwie verpeilt. War ich noch im Hallo-Wach-Modus. So. Und das Ganze ist halt so schon cool gemacht in so einem Tim-Burton-Stil, was mir furchtbar gut liegt. Pipp-Pünktchen. Ich will für Ruhm und Ehre kämpfen. So ist das im Krieg. Es gibt nur einen Weg. Ich werde mir einen Namen machen. Ganz drei Stadt wird niemals den Namen Pipp-Pünktchen vergessen. Und mein Würfel hat auch eine eigene Sprache. Genau, kleiner. Ich werde Pipp-Pünktchen ganz sicher nicht vergessen. Das ist ein guter Anfang. Ich meine, wenn man Pipp-Pünktchen heißt, muss man sich auch nicht wundern. Auf wessen Seite kämpfst du denn? Ja, so ein bisschen. Aber, wie gesagt, der Style ist so Tim-Burton-like. Alice in Wunderland hat... Ja. Jeder sagt, dass nur ein Drilling im Recht ist. Gut, jetzt habe ich den Text nicht mitbekommen. Aber ihr habt sicherlich mitgelesen. Daher wird der Text ja unten damit aufgeschrieben, damit ihr das machen könnt. Ein dreifaches Unentschieden. Alter, was redet die denn? Für wen soll ich kämpfen? Ich wünsche dir hätte aufgepasst. Dann könnte ich dir sagen, für wen sie kämpfen sollte. Kämpfe nicht für irgendwen. Kämpfe für Pipp! Englisch ist es mal nicht mehr. Ja, das ist korrekt. Also ich spiele es ja generell in Englisch, aber nur mit deutschen Untertiteln. Aber das ist nicht schlimm. Also ihr hört ja die Fantasiesprache. Aber der Erzähler ist wahnsinnig cool. Ja, der Erzähler, die Stimme ist richtig geil. Pipp, ich verstehe diesen Krieg und diese Stadt nicht. Ich bin nur hier, weil meine Schwester empfohlen wurde. Pipp, wir müssen alle unsere Wege im Leben finden. Deinen Weg kenne ich leider nicht. Aber ich kenne meinen. Ich bin hier, weil ich meine Schwester verhundert. Und du liebst bestimmt auch jemanden. Ja. Naja, du kannst nur zurückgebliebt werden, wenn du nicht einen sehnlosen Krieg stirbst. Wow. Vergiss die Trainings. Kämpfe Pipp! Für den Pipp, den du sein willst. Das war unglaublich. Du hast mein Leben mit einer Gespräch verändert. Wieso ist es? Das war beeindruckend. Ich werde nach Hause gehen und überlegen, wie ich noch zu Ruhm und Ehre kommen kann. Gern geschehen. Und wenn du das nächste Mal den Namen Pip pünkeln hörst, wird dir gefallen, was du hörst. Ja, so ist das. Man nennt mich ja auch in dieser Welt Sly Sweet Tongue Fox. Ne? Weil ich mit meiner Rede Gewandtheit ganze Lebensgeschichten ändern kann. Ja, mir wird selber gerade schlecht dabei, wenn ich mich reden höre. Ich weiß. Müssen wir das nicht vorhalten gleich. Mir wird selber schlecht dabei, wenn ich mich reden höre. Okay, Dude. Wer bist du? Otto Pint. Ah, alles in Ordnung? Wann... Nicht besser. Ich werde bald im Kampf sterben. Und das fand ich nicht so schön. Oh, komisch. Der ist wieder Englisch, ne? Das klingt echt düster. Du siehst nicht fein aus, Junge. Du musst dich beruhigen. Aber ich liebe es, Fremde zu belästigen. Das ist mein schönstes Hobby. Shut the fuck up. Ja, ja, genau. Klatsch. Okay. So. So. Gehen wir mal hier weiter. Irgendwo wird die Baroness ja sein. Ich hab noch ein bisschen Geld für den Kartenladen. Da gehen wir auch gleich noch hin, bevor wir kämpfen. Ist das ein Rätsel oder ist das Kampf? Ich brauche das Rätsel. Könnten Sie bitte Platz machen? Nein, ich bleibe einfach hier. Gehe mir nicht auf den Weg. Ja, ja, den kennen wir schon. Der steht mir immer nur im Weg. Und man muss sich irgendwo anschießen. Und dann geht das alles. So, ich checke mich jetzt erstmal um. Gibt es hier irgendwelche Dinge, die ich umschießen kann, die mir Geld geben, außer deinen Bucket-Helm? Ich sehe auf den ersten Moment nichts. Okay. Ich schaue mal, wie viel Geld ich habe. 750. Da kann ich mir ein paar Karten für kaufen. Also, lass mal schauen. Ändert nach dem Zufallsprinzip die Kosten der Karten auf deiner Hand, sodass sie doppelt kosten oder kostenlos sind. Hm. Eigentlich kein großer Fan. Bogen. Ich könnte mir noch zwei weitere Bögen kaufen. Ich könnte die ganze Zeit Bogen schießen. Ist natürlich auch funny. Hast ein riesiges Repertoire. Ein Fluch, der sie alle schwächt in der Angebung. Ist auch not bad. Nichts Kristall zerschneiden. Schneiden sie doppelten Damage. Ein Geister zerstört. Vierschern, man findet in Form einer Lanze. Drücke X, um zuzustechen. Oh. Na, ist das eine Waffe. Und das ist ein Hammer. Ich nehme dann noch eine Waffe. Uh. Und jetzt kann ich mir was Neues aussuchen. Abwehr, Joker oder Risiko. Also immer, wenn ich rechts der Balken fülle, kriege ich neue Karten aus Kategorien. Ich nehme mal Abwehr. Deal, Schild und was auch immer das andere ist. Ich habe jetzt irgendwas gekauft, was ich nicht kaufen wollte. Äh. Was habe ich denn gekauft? Beschwört eine Heiliglocke, die die Würfelspiele heilt, nachdem sie in der Nähe ist. Der Zauber hält 60 Sekunden. Oh, das ist schon nice. Wahrscheinlich habe ich die gekauft. Die kaufen wir auch zweimal. So, jetzt muss ich einmal in mein, in mein Kartenblatt. So, das ist meine Hand. So, die geht flöten. Die schmeiße ich raus. Also, ich habe Glückliches Händchen. Drei, da reichen mir zwei von. Die pushen mir sozusagen immer einen Token. Gesundheit zwei hier finde ich okay. Die Hand des Königs raus. Säurekanone finde ich cool. Vier Stats Rache. Weiß nicht. Ich fand den Geist jetzt nicht so berauschend. Spielleiter bleibt drin. Da würde ich sogar noch eine zweite reinnehmen. Das ist notfalls immer eine Zusatzkarte. Gerade wenn ich aus so Feldern komme, ist das Ding schon Gold wert. Säurekanone. Ist okay. Ein Dreierschwert. Ein Dreierbogen. Omas Umarmung. Segen des Würfelspielers. Ist okay. Wir haben vier Karten. Also. Der geht auf jeden Fall rein. Ja, ja. Irgendwas hat er jetzt aufgefüllt, weil ich nicht aufgepasst habe. Ah, das muss raus. Schnellziehen geht auch raus. So, was habe ich denn hier? Beschwerden dämonischen Handeln. Wer in seiner Nähe Schaden zufügt, wenn er sie trifft oder abheilt. Hm. Ist die Hand. Ich könnte noch mal ein Schwert hinzufügen. Ich glaube, ich werde auch einfach kackendreißen Geisterhammer nehmen. Und sicherheitshalber noch einen Bogen. Oh, der Bogen ist schon durch. Wie viele Bögen habe ich denn? Zwei Händchen. Zwei Gesundheitshine. Zwei Lanzen. Eine Säurekanone. Ein Dreierschwert. Oh, da ist noch ein Einerbogen. Der Geisteranzler war die Schleuder in einem Bogen und zehn Pfeile. Ich habe nur einen Bogen. Ich muss mir noch einen Bogen kaufen. Okay. Ich hätte schwören können, dass ich mehr Bögen gehabt habe. Krass. Okay, ich muss mir mehr Bögen kaufen. Okay. Aber das ist ja das Schöne. Weißt du, ich kann auch einfach Random Karten nehmen. Ich kann mein Deck ausdünnen, indem ich Karten nehme, die mich nichts kosten. Und damit automatisch Neues ziehe. Machen wir es einfach so. Da hat er das Änderungsstapel vorgenommen. Ja, weiter. Genau das wollte ich ja. So, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Sly. Ciao.